So meine Liebensbeschauer und wieder willkommen zurück zu Left 4 Dead 2. Uns ist irgendwie einer zugejoint, der Clusterstorm. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt weiter los. Ach, da vorne. An der Tür. Ach, bist schon bei der Tür. Wollen wir direkt... Ja, ne? Jeha! Ey! Ja, wer war'n das? Ey, der Spazer, der hat mich geschlagen mit seinem Backdoor-Schlänger. Echt? Clusterstorm, ist der jetzt von deiner Liste, oder ist das von meiner einer? Oder irgendeiner zugejoint? Ich weiß jetzt nämlich echt nicht. Ne, das ist einfach nur... Mitspieler. Ne, Computer ist das nicht. Das ist, äh... Der hat'n Ping. Also, das ist schon ein Online-Spiel. Echt? Ja! Ich hab' doch mal einen Klaus gemacht. Deswegen frag' ich, wer das ist. Ne, dann hätten die doch halt von alleine schon die Tür zu machen. Hör'n. Hör'n. Fettsack. Ich bin sowieso grad' woanders. So, weg ist er. Wo bist du denn? Ich häng' immer noch hier unten. Ach! Ja, ne, ich muss den ja hier, ne? Jetzt bin ich oben. Ach, grüß dich. Man, so gut, Maia. Okay, also ich bin mir vom Equipment her, bin ich echt voll. Huch. Ach so, man muss sich ja bücken. Tot. Ach, immer dieses verblüttete Nachladen. Boah, das war ein Gesicht. Und das war ein Kopf. Komm her. Oh, schöner Flug. So, der ballert. Der war mir. Hast'n tot gemacht. Und der war auch mir. Der war auch dir. Und hier ist ein Bauch weg. Und hier ist ein Kopf weg. Und fickt mich doch. Scheiß Jockey. Ich hasse diese Mistviecher. Ja. Die sind sehr schnell. Ja, die sind sehr, sehr schnell. Du kannst hier auch nicht schlagen. Nee. Also, nicht direkt. Ach, komm, welche. Boah, Doppelkopf weg. Nochmal den Kopf weg. Ey, stirbst du? Ja, jetzt ist er tot. Ja, wunderbar. James braucht jetzt eine Rohrbombe, ehrlich. Ja. Bei dem Paar. Also, ich war's nicht. Das war vielleicht der Clasterstorm. Das war der Schwarze. Ja, der Schwarze. Aha. Ey, sorry, ist so. Ja, ja. Außerdem ist ja Schwarz keine Diskriminierung eigentlich. Eigentlich, nö. Farblich ist ja Diskriminierung. Also, wurde mir zumindest mal erklärt. Ja, ich blick da sowieso, ehrlich gesagt, gar nicht mehr durch. Für alle, die das jetzt sehen und sich denken, Bitch, halt die Fresse, es tut mir leid. Ach. Ich hab nichts. Man blickt da doch sowieso gar nicht mehr durch, was man jetzt sagen darf und was nicht. Ich hab allgemein was gegen Menschen. Da spielt Farbe und... Ja. Keine Rolle. Bäh. Ja, scheiße. Fick mich doch. Spitter ist tot. Nee, eben nicht. Der hat mich grad angeschmuckt. Ja. Äh, nachdem ich ihn gekillt hab. Also. Oh, nö. Was ist jetzt los? Was ist los? Wo bist du? Huh. Ich rette dich. Geht mal weg hier. Oh mein Gott. Dann mach ich das eben alles mit der Axt von mir aus. Genau. Mit der Axt. Jetzt hätte ich ein Problem, ey. Wie Bodo Bartke schon sagte. Oh, das war eine Puppe. Das ist eine Witch. Wo ist eine Witch? Shit, fuck. Was mach ich jetzt mit der? Oder was machen wir mit der? Nee, lass den, lass den Spatzen das mal machen. Der hat nämlich das mit dem Visier. Wenn er das jetzt hoffentlich auch richtig macht. Kacke. Was darf man denn jetzt nicht machen? Das Licht soll aus? Ja. Meins ist an. Ähm. Oh. Ein Jockey. Oh, sorry. Ich wusste. Was können wir jetzt? Scheiße. Ich versuch einen gezielten Headshot. Okay, probier's. Scheiße. Scheiße, und die Witch ist wütend. Ah. Und hinter uns sind Zombies. Ihr blöden Mistviecher. Ich lieg hier in der Boomer-Kotz und komm nicht weg. Äh. Lebst du noch? Ja. Hast du Medikit oder brauchst du? Ich hab gar nichts. Warte, ich helf dir. Danke. Ja, gern. Ist die Witch tot? Ja. Sehr gut. Ich hab ihr auch schwer ins Gesicht geschossen. Die stirbt nur durch Kopfschuss, oder was? Ähm. Sagen wir es mal so. Mit einer Sniper, ein gezielter Kopfschuss und das Ding weggeritzt. Perfekt. Deswegen bin ich immer so am Schwanken, ob ich Sniper nehme oder ne, 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 Shotgun, weil... Ja, bei den Mistviechern weiß man nie, ne? Ja, ich bin eigentlich mehr so ein Shotgun-Fan, aber... Ja, auf jeden Fall. Wenn man die Witch hat, ist es halt... Ah, jetzt hab ich die... Jetzt ist es zu spät. Warte, warte, hier, nimm sie. Hast du? Ne, du hast ja eine, gell? Ich hab ne Shotgun. Perfekt, ich nehm mich jetzt auch wieder. Weil, äh, die Munition war eben alle. Fast. Ah, Spitzscheiße. Rüberspringen. Ja. Uhu, ich kann hier meinen Reha animieren. Yeah, sehr gut. Hu! Alter, der Penner hat einfach die Tür aufgemacht. Ja. Das ist kalt. Oh, ein Katana. Was haben wir denn hier? Oh, yeah. Ich nehm's Katana. Du hast Katana, sehr geil. Sehr schön. Das, was ich auch in der richtigen Zombie-Apokalypse machen würde. Ha, 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 ha. Noch einmal und ich zereck dich zum Aus. Wo müssen wir denn hin? Oh, hinter uns. Hier kommt ein Anker. Lade mal. Das ist ne Magnum. Geil. Die Magnum nehm ich mit. Oh, ja, Baby. Magnum ist geil. Die Fetzer nehmen ich richtig den Kopf weg. Oder den Arm. Oder den Kopf. Oder den Arm. Jetzt reicht's ja aber auch. So. Wo sind wir hin? Ah, ich glaub hier, oder? Ne, doch nicht. Ne, hier. Ah, übrigens hat... Oh, fuck. Sorry. Nix passiert. Ne, ich wusste das nicht mit dem Alarm. Oh, shit. Der hat den zerfetzten Rücken. Ihr Scheißviecher. Oh, fuck. Ah, bitch. Stirb. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ihr Scheißviecher. Oh, ah. Ihr blöden Mistviecher, ihr blöden Wichs... Wichser. Jetzt ist gut. Müssen wir schnell nachladen. Ah, ich hab noch ne Rohrbombe. Fällt mir ein. Geht das denn mit dem Alarm? Warte. Äh, hier ist irgendwo... Ganz oben, wir müssen hoch. Oh, fuck. Da war ich grad. Scheiße. Ich renne, ich laufe. Ich bin dabei. Neu, wo ist das viel hin? Ich geb mir Mühe. Huch. Sehr schön. Cluster Storm ist fast am Arsch. Cluster Storm ist am Arsch. Ja, gut. Ach, und ich hab schon wieder keine Munition. Ja, wie geil ist das denn? Ja, Cluster Storm. Oh, fuck, Alter. Jetzt bräuchte ich hier oben Hilfe. Ich komme. Ganz dringend. Komm runter. Dazu fehlt mir leider gerade Freiraum. Scheiße. Ich muss nachladen. Ich hab keine... Muni mehr. Ich bin da. Ach, du bist da. Ja, ja. Ich helf dir. Scheiße. Ich muss mal nachladen ein bisschen. Ja, dann mach. Dann mach die gerade. Oh, oh, warte. Splitter mach ich. Tod. Weg hier, raus da. Ja, da bin ich schon lang raus. Oh, oh. Wo ist unser... Scheiße. Oh, da. Lebt er noch? Oh, scheiße. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Geh weg. Oh, scheiße. Warte, ich belebe ihn mal schnell wieder. Oh, fuck. Hilfe. Ein fetter. Hilfe. Hilfe. Ich versuch's, ich versuch's, aber... Hilfe. Okay, jetzt scheiße. So sieht das also aus, wenn ich von Zombies umgebracht werde. Okay, wie? Wie helf ich dir? Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Jetzt mal ehrlich. Der Alarm muss aus. Ach so, so. Scheiße, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Nein. Nein. Ich hab'n Boomer grad in die Eier geschossen. Wir sind alle am Arsch. Wir sind alle tot. Verdammt. Naja. Okay. Ah, nochmal von vorne, oder was? Ja, muss ja. Boah, das ist hart. So, warte, ich heile mich jetzt wirklich komplett. Okay, passt. Ja, ich such mir jetzt die... Hier, ich hab' jetzt das Sniper. Da ist jetzt das Sniper? Ja, für die Witch. Für die Blöde. So. Ah, Axt. Ich komme. Oh, schön. Hier, gut. Ah. So, weg. Achtung, hinter euch. Okay, das passt. Ach, Alter. Der hat mich grad so erschrocken, der blöde Penner. Was haben wir denn hier? Ah, ein Molotow-Cocktail. Das ist schon mal sehr gut. Nee, ein Molotow-Cocktail ist scheiße gegen eine Rohrbombe. Ja, das hoffe ich auch. Äh. Alter! Lebst du noch? Nee, du lebst nicht. Doch, ich lebe noch. Aber jetzt kommt hier grad ein Boomer. Ich bin von einem Jockey angesprungen worden und ein Splitter hat hier rumgekotzt. Jetzt, äh... Das war grad eine richtig beschissene Kombi. Ja, irgendwie schon. Oh, zwei auf einmal geköpft. Sehr schön. So, wo ist der Alarm? Achso, der ist ja noch weiter weg. Ja. Wir müssen runter, oder? So, ich, ähm... Warte, da ist noch... Ich müsste mich mal erstmal heilen. Ja. Ich schütze dich in der Zeit. So, jetzt ist das schon mal. Ich nehme nochmal wieder die Axt. Okay. Das ist die Bitch. So. Ich gehe schon mal hoch, kill die Bitch. Okay, passt. Die Witch ist hier hinten. Ah, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bitch ist tot. Was, die ist tot? Ja, ich habe sie von hinten ein paar Mal mit der Shotgun. Das war ganz cool. Habe ich mir extra einen Sniper genommen? Also, wenn das die Bitch war, die hatte zumindest einen, äh... Doch, die hat aufgehört zu heulen. Das war eine Bitch. Au. Ah. Okay, tot. Ah. Boah, diese Mistviecher überall. Jetzt mal ehrlich. Hallo. Jetzt hat der Zombie-Apokalypse so an sich. Ja. Au. Ah. Mann. Danke. Oh, da kommt noch mehr. Tot. Was, äh? Huh. Huh. Jockey und oben ist noch ein Boomer. Wo ist der Boomer? Oben, hast du gesagt? Ja. Okay, warte. Warte, warte, ich sehe ihn nicht. Ah. Ah. Stirb. Scheiße, hier. Fuck. Boomer. Sag ich doch. Okay, scheiße. Lebst du? Hast du noch gedönst? Ja, ich bin gerade. Ah, du bist gerade. Perfekt. Ah, Clusterstorm läuft vor. Das ist nicht gut. Hier ist noch eine... Boah, wo kam das denn her? Von hinten. Ja, der ist aber auch voll durchgelaufen, ne? Der Penner hat mir das Katana geklaut. Ja. Ich hau mir die Achse in die Fresse. Das klappt aber. Was war das? Das klingt nach einem Splitter? Nee. Oh shit, fuck. Kann ich immer nicht auseinanderhalten. Tot. Sehr schön. Das können wir aufmachen. Oh, ich hab gerade einen Zombie in der Tür eingeklemmt. Fuck, da ist ein Fettsack. Wow. Danke. Habe ihn. Ich hab gerade einen Fettsack, äh, einen Zombie in der Tür eingeklemmt gehabt. Hahaha, geil. Ich bräuchte mal eine neue Waffe, weil hier die Munition ist fast leer. Scheiße. Ja, genau, die Waffe brauche ich. Danke, perfekt. Ich komm mal zu dir, gell? Mhm. Was ist das denn? Schließen sie aus. Kampfkicks. Oh. Ach, die kamen oben, von da aus der Decke. Ja. Schließen sie aus dem Ladenfenster. Scheiße. Oh, fick. Ah. Scheiße. Okay, Mistviecher. Ja, ist der schon durch, oder was? Okay, dann müssen wir... Irgendeiner sollte mal nach dem Ding suchen. Ja, ich mach das. So, Kopf ist weg. Warte, ich komm mit, um dich mit zu verteidigen. Okay. Okay, wir müssen hoch. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis ich komme. Oh. So, Alice liegt am Boden. Ja, wundert mich nicht. Wie kann ich denen denn helfen? Gar nicht, oder? Nicht, wenn du eine... Keine Munition und so hast. Also, kein Defi. Ja. Okay, nee, dann geht's nicht. Was ist das denn? Ein Fettsack. Oh, nee. Das war hier einer mit einer Zunge. Ich hab's, glaube ich, noch nie so gesehen. Ich wurde immer vorher schon angegriffen, bevor ich die... So, weg. Jungs, nehmt die Rohrbombe. Das ist gut. Ja. Scheiße, jetzt werd ich angewixt. Danke. Passt. Ich war's nicht. Ausnahmsweise. Wo ist denn das Ding denn? Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Gut, ich geh Alice. Scheiß Ding. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich komm doch schon. Hör auf zu jammern. Oh. Alice, wo bist du denn? Gut, weiter geht's. So, wo können wir... Seh ich okay aus? Wie neu geworden. Ach, komm schon. So, wir kommen. Ich helf dem Cluster's doch mal kurz hoch. Ja. Ja, das gleiche hab ich grad mit Alice gemacht. Wenn wir jetzt nicht zwei den gleichen Raum finden, haben die zwei echt ein Problem. Ja, ohne Mist. Ach, Cluster. Hier, guck mal. Vielleicht ist in dem... In dem Raum hier noch, äh, so ein Verbandskasten. Ja. Ja, perfekt. Super. Alice, komm mal zu her. Komm, Alice. Hier ist ein Zombie. Hier ist ein Zombie. Ja, mach mal. Ich will Alice eigentlich heiraten. Heiraten? Heilen. Aber der Penner bleibt nicht stehen. Alter, jetzt... Ich hau dir gleich mit dem Ding ein auf die Zwölf. Och, dann mach doch, was du willst. Ja, hat er Pech gehabt. Oh, weg. Ich will ihn heilen. Scheiße, Hilfe! Ja, das war's schon. Er ist jetzt wieder ein bisschen geheilt, ich auch. Ja, wunderbar. Dann kann's ja eigentlich direkt losgehen. Tot ist er. Cool, das war ein perfekt gesetzter Achselschlag, glaub ich. Weg. Weg. Alle tot. Oh, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Au, 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 au. Au, 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 au. Weg. Au. Ah. Ah. Tot. Okay, wunderbar. Das läuft doch. Oh, wo ist er? Das war ich. Da ist noch ein Fettsack. Da ist ein Fettsack. Oh, scheiße. Molotow. Was? Oh. Ich liege in Flammen. Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ach, bitte, hör auf zu schreien. Ich komme. Ich kann dir nicht, warum kann ich dir nicht hochhelfen? Kommst du hoch? Ja, ja. Ah, okay. Wird wiederbelebt. So, jetzt hab ich mir erstmal... So, okay. Wir brauchen jetzt hier wirklich langsam mal ein Räumchen, gell? Ja. Bin ich schwer dafür. Da kommt noch einer. Ist ein Zombie gewesen. Boah. Kopf weg. Komm her. Unser Schwarzer hat eine richtig schöne Einstellung. Die Wärme? Wir werden wohl alle verrecken, hat er gerade gesagt. Sehr gut. Ja, der Schwarze ist aber auch ziemlich am Arsch. Gerade. Da sind wir alle. Scheiße. Gut, ne? Ja, außer Allies. Okay, perfekt. Tod. Da, hier, 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 hier. Ist Schutzraum? Schutzraum! Oh, rein da. Ja. Auf, los. Komm, humpel dir schneller, du. Oh, Gott sei Dank. Puh. Allgemeine Abwehr. Ja, ja. Oh, hier. Tank schlechter. Schönes Ding. Oh, okay. Würde ich sagen, machen wir nochmal einen Schnitt, oder? Ja. Alles klar. Hier, Witschjäger. Ich hab hier von hinten richtig fies in den, ne? So, alles klar, dann bis gleich. Puh. So, meine Lieben, das war wieder ein langer Part. Im nächsten Part geht's gleich weiter. Bis gleich. Ciao.